hey liebe leute der gripe and willkommen zur nächsten runde von tft immer noch mit dem neuen rise of the elements update und wir sehen oh ich will den spatula nein aber das wollen alle haben nehmen wir wuli bär was soll's wir sehen jetzt hier schon dass der infernal element gespawnt wird das heißt hier diese diese kreise die hier immer erscheinen sind halt feuer vielleicht können wir mit ihm hier auch irgendwas machen er hat drei elemente das auch immer ganz gut ich kriege mal mit electric berserker irgendwas hin berserker die machen so eine art diamant so cocoon in front auf sich also hier machen halt schaden über mehrere flächen machen wir so das bringt leider nix morello so jetzt haben wir schon mal den electric buff vielleicht gehen wir diesmal auf berserker das game nochmal auf deutsch umstellen glaube ich ein bisschen besser denn auch für manche denn zu verstehen glacial wäre auch eine möglichkeit da geht das braum den warden ja das heißt wir könnten das mit braum machen der electric buff ist schon heftig also vor allem auch wenn man drei leute hat ist natürlich ziemlich schwer in den set zu kriegen schnell das ist heftig ich nehme mal ihn hier noch mit rein hat er range attack ja 420 ja ok weil er könnte vielleicht mit seiner lantern gibt da den leuten von mir hier noch ein schild 200 momentan das könnte die vielleicht noch mal ein bisschen am leben erhalten und die machen eigentlich schon gut der mensch mit diesen electric ding aber in morello zu geben ist schwachsinn da guck dich das an natürlich wie gesagt nur am anfang so aber erst noch ein ding mage mountain wir lassen es erstmal so wenn ich gewinne hole ich ihn hier noch vielleicht kriegen wir ihn ja auf level 3 wobei mal gucken noch ein bisschen gleich wer gut also wenn wir einen braun kriegen würden brauchen wir jetzt hier richtig gegen der berserke baff da braucht man noch ein bisschen das war den kriegen mal gucken ich glaube ich nicht so klug von ihm dass er den range champion da vorne rein stellt wir sind doch super tanky vielleicht jetzt noch ein voli bär wäre eigentlich richtig hoppy könnten auch überlegen ob wir leveln aber theoretisch nur wenn ich einen braum finden würde ich glaube dann würde es sich lohnen zu leveln und erst hier noch ein berserker nehmen wir ihn noch mit rein für data bringt alles sonst nix hier diana kann man auch immer rein stellen also diana level 2 ist richtig also generell diana ist schon sehr stark auch ohne irgendeinen buff mit infernal oder sonst was die räumt halt einfach das feld von hinten auf was richtig gut ist die wurde zum beispiel jetzt hier zu dem kopf mal alle warte ist der level 5 hat der fack das ist natürlich ein bisschen assi wenn er noch seine lente anmachen würde alter wie gewinnen das ja gut sind wir auch wieder bei 10 gold nice 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 bin es leider immer ein bisschen schade dass dass die tft videos bei mir immer so ein bisschen schlechter bewertet werden so von den likes her ähm ich weiß nicht ob viele immer denken dass man immer gewinnen muss oder immer erster werden muss wenn man sich jetzt mal hier so die richtigen pro player anguckt die challenger und weiß der geier nicht was sind zum beispiel solo gesang hat es oftmals hier oben mit drin gehabt seine winrate und der hatte als challenger eine 25 prozentige winrate das heißt er ist die meiste zeit auch immer zweiter dritter oder so geworden oder vierter aber nur zu 20 25 prozent ist er wirklich richtig erster geworden also weiß nicht ob da viele so einen falschen gedanken haben dass man immer wirklich erster werden muss also klar kommt man so schneller nach oben und wäre natürlich super wünschenswert aber es ist eigentlich völlig unmöglich weil man nie wirklich das bekommt was man eventuell haben will oder braucht oder ein gegner einen countert oder sonstiges also die wahrscheinlichkeit dass man hier eine über 50 prozent winrate hat ist unglaublich gering also wirklich wirklich gering ich glaube ich versuche sie hier zu kriegen es will ist glacial oder der könnte natürlich auch scheiße ich glaube es will ist glacial dann hat man jemand der von hinten so ein bisschen rein ballert da ist jetzt so von den items ja nicht so der burner und die werde ich auch denke ich mal weg machen aber er müsste eigentlich ja es will glacial okay das leider wie gesagt so ein bisschen schade ich glaube sie drin zu haben ist dann doch ein bisschen cooler dann nehme ich ihn lieber raus und macht dafür ihn rein oder locket 300er schild na komm scheiße jetzt mal testen gerade wenn die frontline hier so ein bisschen tankiger ist am anfang kriegen sie auf jeden fall immer ihren ult raus ich glaube ich werde diana denn da noch reinstellen und dann gibt fresh von hinten auch noch mal ein schild doch das ist ein gameplan zumindest jetzt fürs mit game müsste das eigentlich noch reichen am berserker wäre natürlich jetzt irgendwann müsste auch das zweite feld hier kommen gucken den nehmen wir doch auf jeden fall oder jetzt hat er ein 300er schild ok betrifft müssen jetzt alle hier ein schild kriegen ja kann man das irgendwie passen eigentlich nene ja ich weiß echt nicht wer besser ist vielleicht wenn wir noch ein desert typen hätten also wir haben hier eine echt gute frühe bis mit game kommt aber ich glaube nicht dass wir im late game hier noch viel reißen werden er ist nur ein wert ne hebe ich uns auch auf shadow berserk weiß ich noch nicht so aber die beiden nehmen wir auf jeden fall noch so lasse ich die so stehen ja müssen sie eigentlich trotzdem schaffen voli bär 2 wäre jetzt noch richtig nice wenn ich renektor level 2 kriege tausche ich ihn gegen jacks und da kommt das nächste schild geil aber wenn wir jetzt noch ein paar coole items hätten macht mir den meisten damage ich glaube voli bär ocean ich würde gerade sagen wieso haben wir eine sie wir jetzt ist hier unten dann müssen wir so machen ich gebe es erstmal ihr wir werden sie denke ich später eh noch verkaufen aber sie macht hier noch mit am meisten damage und jetzt ist es super tanky und heilt sich hoch wenn sie ihr schild kriegt das ist schon kann man schon machen ich werde es nachher verkaufen und die war mocks jemand andern geben die halten hier schon ein bisschen länger durch ich bin wenigstens noch die laterne geben weil sie überhaupt kein schaden ich meine ich wie gesagt diana einfach rein machen wenn ihr diana 2 habt das gg so das bringt leider alles nix eventuell verkaufe ich sogar noch jemanden wenn wir jetzt die runde auch noch gewinnen wir haben eine echt krasse winstreak wenn wir das jetzt noch aufrechterhalten vielleicht noch überlegen ob wir leveln und sie auch noch reinpacken tauschen wir mal so jetzt haben wir den berserker buff auch noch mit drin und noch eine einheit weil wenn wir den winstreak aufrechterhalten plus drei gold pro runde ist schon heftig dafür müssen wir aber hier durchhalten das sieht leider nicht ganz so cool aus das sei denn diana dreht hier durch yes bam 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 tschüss nice drei gold da ist braun raum wer glacial warden verlieren wir aber den buff mal mit checks nicht so sicher ich lass erst mal so ich lass es erst mal so schönes schilding fresh alter sogar voli bär streitet sich immer so mit ihren er macht auch gut schaden stellt euch vor wir haben noch gleich die frage ist wollen wir haben noch ein dornpanzer oder so ich kann auf ihn hier gehen wie gesagt nicht die beste einheit eigentlich und ich weiß noch nicht was wir mit dem item da wirklich draus machen das können wir nicht machen ob es cool was das war doch so scheiße doch geht lassen wir das doch so nur noch ein dud mehr drin erst mal schön wäre natürlich wenn wir den braum rein machen könnten mhm 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 eieiei child scheiße der sieht ein bisschen schwieriger aus hier der typ Eventuell schafft es Diana, aber das ist hier eine blöde Kombo, also eine gute Kombo von ihm, aber ne, da kommen wir nicht durch. Ah, ärgerlich, da ist unsere Winning Streak weg, Shadow, Infernal, bla, so, aber nicht so schlimm, wie gesagt, wir haben kaum Leben verloren bis jetzt, wir sind recht weit oben angesiedelt, wir können uns jetzt auch mal erlauben, ein bisschen auf den Sack zu kriegen, aber jetzt wäre langsam so die Zeit, wo wir ein bisschen uns nicht mehr auf unsere Einde kommen, hier ausruhen dürfen, vielleicht auch die Frage, Diana macht immer noch am meisten Schaden, ich will sie nicht rausnehmen, und sie räumt halt schön von hinten auf, na, das sieht gut aus, Alter, das Schild, ey, ja, hier klappt es auch wieder, dann hauen wir auf jeden Fall Braum erstmal rein, damit wir noch den Glacial Buff und schnappen, der Rest bringt nichts. So, das ist okay, wir können da ruhig hinspringen. so, dann hab ich mal gespannt. Die Chance ist, äh, 20% ein Stun, hm, er so lala, ne. Oh. Frozen Heart. Hm, die Frage ist, wir haben ihn ja hier fast Level 3, ich geb ihm mal Frozen Heart, mal gucken, das heben wir uns noch auf, ich würd mal sagen, solange wir hier noch so über 70% Leben sind, leveln wir einfach hoch, und versuchen hier immer noch ab und zu mal zu gewinnen, zu verlieren, gewinnen, verlieren, je nachdem. Der hier hat den Fehler, der hat eine Wood Comp, die ist am Anfang richtig gut, aber fällt halt im mid- und late-game komplett ab. Also sollte, hm. Nein. Oh, ey, 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 ey. Ich kann sie nochmal in den Ring machen, bitte, 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 komm schon. Oh. Na, schade. Okay, ich hab nichts gesagt. Wendell haben die es auch gebufft oder so, ich weiß es nicht. Ocean Mystic. Crystal Warne, oh, er ist gut hier. Fuck, wir nehmen raus. Ich glaube, wir machen die weg. Ich nehme mal ruhig eine Nami. Ich will den Berserk nicht wegmachen. Mal kurz ein bisschen chillen. Der 506 Amor Braum, hm. Er kennt ihn nicht, ja. Oh, der hat ne Sivir. Das fängt jetzt langsam an bei uns. Wir müssten jetzt allmählich eine Transition rein kriegen hier. Ja, die macht immer noch, die, die baitet uns hier. Die macht immer noch den meisten Scharen. Ich will sie eigentlich nicht rausnehmen. Also so eine Nami würde, glaube ich, zehnmal besser sein. Dann hätten wir Ocean. Komm, YOLO. Nami. Wir machen als nächstes den meisten Schaden. Gehen wir noch für ihn hier. Wir versuchen so schnell wie möglich hochzuleveln. Dann packen wir noch Taric rein. Dann haben wir Warden Level 4. Also hier die zweite Version. Wären alle ein bisschen tankiger. Und dann wäre noch cool, wenn wir noch ein Mystic rein kriegen könnten. Damit wir noch Magie Resi kriegen für alle Leute. Alter. Welcher Mystic macht denn Sinn? Vielleicht ne Jenna noch. Oder so Raka. Mal gucken. Oh, Nami hat echt gut Damage gemacht. Holy shit. So. Da ist noch eine Nami. Wir könnten mal versuchen. Ach scheiße. Ich bin noch nicht dran. Nein, bitte nicht. So ein Typ der extra wartet. Ja. Wir nehmen mal ihn hier. Die Faust glaube ich auch Nami geben. Damit sie ausweichen kann. Für den Fall, dass Leute Assassin spielen und immer nach hinten hüpfen. Shadow. So. Bringt leider nix. Das bringt leider nix. Das bringt leider nix. Nur so. Die heben wir uns noch auf. Können wir hier noch irgendeinen rausstellen. So. Die vier Leute sind jetzt recht tanky. Er kann weg. So. Das hier mal. Jo. Oh lol. Das ist Braumschild. Sonst übel kaputt gemacht gerade. Schon wieder das Braumschild. Holy shit. Ne. Jetzt fehlt uns der Schaden hier. Werb. ELECTRIC OCEAN. ELECTRIC OCEAN. DATA. BROAUCEN. das haben wir gekickt da ist noch Berserk fuck laut Mystic kann nix rausnehmen ok ich spare Geld er hat eigentlich geglaubt, dass ich hier einen von denen erwische zum aufleveln komm schon, Welle yes ich glaube, das hat ja in der anderen Runde wirklich nur der Braum kaputt gemacht so, wir chillen und sammeln Kohle ich würde echt aufleveln dann haben wir Mystic kriegen alle Magieresistenz dann sind wir nochmal tankiger also ein Volleyball Level 2 wäre schon richtig nice ich finde nochmal ein richtiger Boost Ex-Berserker kriege ich nicht hin wir könnten vielleicht noch 4 Electric schaffen, wenn wir eine Lux finden 500 Damage Infinity Edge Icebound Gauntlet Guardian Angel kann leider nix mehr nehmen es macht eher noch den meisten Damage hm hm das tut weh mage schaut natürlich auch rein ich muss unbedingt leveln damit ich sie noch rein machen kann das ist gut und die heilt ja auch ne oh yes weil ihr vielleicht noch ein bisschen mana geben das wäre richtig okay ich bin eigentlich recht zuversichtlich schön wäre wie gesagt noch ein volley level 2 oder vielleicht hier einen zion ich könnte seien auch tauschen mit renekton und wir ihn erwischen wir gucken wie die nächsten ein zwei runden laufen okay jetzt kommt noch mal der mit schreien aber auch nicht jetzt fehlt der damage leider es fehlt irgendein damage dealer glacial luchs heißt wir würden 40 prozent dann bekommen wir nehmen wir dafür raus können wir auch gar keine rausnehmen naja ist doof wie viel von den jenner hier kommen den nehme ich doch mit jetzt können wir auch nicht noch mal nehmen aber der braum ist unzerstörbar wirklich heftig ist ich bin noch ein draw geworden hier holy shit meine redemption noch mit rein noch mehr heilung noch bei ihm hier mit rein aber er hat ja das eine item der braun hält so lange durch wir geben es mal zion machen nami level 2 und dann warten wir mal kurz war der voli voli level 2 man kommt schon macht eine welle macht eine welle war der zweite was soll das sieht nicht so cool aus was machen uns hier fertig oder ist tot der typ warum hat der zweite was man schlecht ja das bringt alles nix ich stelle ihn mal davor dann kommt schon ein verdammten voli bär der voli bär fehlt leider deswegen ist auch gestorben gerade uns fehlt leider echt der damage so ein bisschen die halten alle gut durch aber ich sehe das hier leider nicht so elektrik wen nehmen wir raus den nehmen wir raus erstmal gucken wie wir das geld zusammenkriegen ich wollte zweimal ey 5 kriege ich nicht zusammen oder so und jetzt jetzt haben wir den berserk buff verloren leider ocean mystic glacial und wie ich den worden war fast leider nicht nein ey 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 one jacks one olaf das ist dann vor ist das alles na ja dritte immerhin dritte damit kann man leben ich will mal kurz gucken was haben die für leute das inferno gegangen oder merkwürdig kommen wir es ist ja er geht leid ja das leid leid und der saatz leiter sagt geht er hier mal kurz gucken wie es läuft ich mal gespannt oder schaden rauch krass okay sammler mage oder irgendwas völlig komfuse kommt muss ich mal gut gucken was der hat beim sieger bleiben ok ja wie gesagt mit dem dritten platz kann man leben das ist nichts schlechtes man kriegt immer noch punkte man kann halt nicht in jedem game erster werden das ist völlig unmöglich also er hat auf jeden fall mit den set hat er sammeln dann hat er müsste eigentlich mage haben dann hat er zion ich glaube shadow hat er auch noch ja so ganz konfuse kommt hier aber ich glaube die kiana hat ihn auch mitgetragen ja schade ich werde echt mal gern gewusst wenn wir volle level 2 gehabt hätten und vielleicht noch ein zion level 2 schade aber war trotzdem eine gute runde mir hat spaß gemacht ich hoffe euch auch wenn ja immer schöne like da lassen ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr in der nächsten folge auch wieder mit dabei seid und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal bei bei